Hallo, mein Name ist Chris Debski von Pferde gesund bewegen und eigentlich haben wir ja geplant uns live vor Ort im Reithaus der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg zusammen zu finden. Doch leider hat uns Corona mal wieder einen Strich durch die Richtung gemacht. Ein ganzes Wochenende im November 2020 haben wir daher im Reithaus gefilmt und haben dieses Material zusammen mit anderen lehrreichen Content und natürlich Theorie teilen zu einem neuen Online Seminar zusammengestellt. Hier und jetzt also virtuell quasi mit ausreichendem Sicherheitsabstand, aber demnächst hoffentlich auch wieder live. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zusehen, Zuhören und natürlich beim Lernen und Umsetzen zusammen mit euren Pferden. Euer Chris Debski.